ja willkommen hier zu einer weiteren folge von let's play gothic 1 und wir sind hier wieder auf diesem komischen berg und ja ich glaube hier ist xardas irgendwo anwesend wie kommen wir hoch da schaffen wir nicht ich weiß auch nicht ob das sein turm ist also auch noch so eine sache da ist dass da hinten sein turm hier waren wir schon mal nun das weiß man aus folgen da ist eine hülle ja was soll ich sagen ne das ist ein turm das sieht doch schon mehr nach dem turm aus aber das wiederum ist doch kein turm das ist doch diese burg falsche karte nein diese wir falsch warte mal warte mal das ist die eine burg wo wir den einen fokus stein gefunden haben warte mal das ist der falsche weg wo wir uns befinden müssen diese kreuzung ok finde ich finde ich kriechen ja da komme ich hin gar kein problem diese sound könnte ich mag die einfach das dürfte schon gut das treffen ah wir müssen noch ein bisschen nördlicher wir sind quasi erstmals zu bekannten gefilmen bevor wir in unbekannte gefilmen gehen können so hier können wir wo habe ich mich erschrocken gerade meine güte heilige richtig erschrocken so das ist der turm auch da hinten nämlich denke ich mal und hier sollen wir nämlich einen der wege nehmen ich glaube den rechten linken ist egal ich habe mich mega erschrocken gerade als das ding angelrand kam eine razer tastatur ich dachte es wäre schon tot iPhones ging echt so auf 80 gerade 1 80 sich niedrig auf 120 so jetzt ich schon wieder great quittet wenn ich nicht gott anhälter so ich weiß nicht was der bessere weg ist hier gibt es ja nicht wie ein änderer eisbranken dass sich die gegend irgendwie erkunden müsste ich habe also wirklich kein keinen rationalen grund weshalb ich die gegend erkunden sollte außer das was notwendig ist so hier kann ich doch einmal gerade kurz durch film oder durch dieses schöne saubere wasser lecker aber ich glaube hier ist nichts auf der anderen seeseite oder tümpel tümpel nicht sie aber hier sieht ein weg aus der gut aussieht das könnte klappen das könnte erfolgsversprechen der sein da sind wieder wenn es weißer sind da habe ich keinen bock er habe ich bock aber wenn es weißer sind dann habe ich gar keinen bock er ist ein weißer so was haben wir hier ein trank und eine alte streit axt das hat einer der boten vermutlich so ich kann den schaden machen immerhin er hat seine steingolems was die geschwärts wo ein eis trolle mache ich mal wieder keinen schaden gut geil toll 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 ich habe jetzt schon gerade wieder keinen bock mehr und damit hat gothic auch den teil wieder mal gerade kaputt gemacht durch diesen eis golem toll oder wie ihr das schafft also das ist fast schon beeindruckend so schlecht zu sein muss man da mal einfach sagen das schafft nicht jeder eine so große scheiße zu bauen das schafft nicht jeder also dafür meine respekt auf jeden fall also wirklich der preis für das schlechteste gameplay geht hier ganz klar an die entwickler hätte niemand anderes mehr verdient da ist der turm okay 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 schade so haben wir geschafft perfekt hier ist xadas turm scheinbar da habe ich keine lust gerade drauf wie ist es das hier hier ist es hier ist es ja das lustig nicht aber Vielen Dank. Ah, ich verstehe schon. Okay, ich muss jetzt die drei Golems töten. Hm, klar, war fast zu erwarten. So, wo sind denn die Dinger? Gut, dass wenn ich springe, er nach unten fliegt. Toll. Dieser Typ ist so ein geistesdebiler ... Mann ... Bist du ein unfähiger geistesdebiler Grenzfall? Das ist unfassbar. Dann war es mal wieder hell. Aber auf die drei Dinger ... Zwei habe ich gefunden, also Eis weiß ich, Feuer weiß ich. So, da ist der Erste. Meine Güte ... So, Herz des Steingolems erledigt. Herz des Eisgolems ... Kann ich auch erledigen. Hallo? Schön, dass du stirbst, Mann ... Vielleicht geht das nur mit Feuer. Kann der sein. Wäre natürlich logisch, okay ... Stück eines Eisgolems, Herz eines Eisgolems ... So, erledigt. Ähm ... Wo ist der Feuergulam? Da. Äh ... Wenn das klappt, wäre das so suspicious. Ich brenne die ganze Zeit ... Also wenn das klappt, das wäre einfach ... Sorry, da könnte ich das Spiel nicht mehr ernst nehmen. Äh ... So ... ... jetzt funktioniert schon mal nicht feuer wind so ich gucke mal kurz nach wie man den besiegt feuer guhlem gothic so so mit blitz soll das wohl gehen auch ich muss gerade was anders machen insert und dann thunderbolt da habe ich ihn da da ok insert ich habe das ich habe das wohl thunderbolt Hallo, hallo, hallo Oh, dass das halt nicht einfach geht, ne? Die Zauberrude habe ich ja sogar schon. Das Problem ist, ich habe nicht die passende Fähigkeit. Die Zauberrude. 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 okay ja da würde ich sagen bis zur nächsten folge und